Im heutigen Video möchte ich dir eine Möglichkeit vorstellen, wie du online Geld verdienen kannst. Und alles, was du dafür brauchst, ist Google News und ein kostenloses AI-Tool, welches ich dir in ein paar Minuten vorstellen werde. Und du kannst mit diesen beiden Sachen pro Tag 200 bis 300 Euro täglich verdienen. Und das Ganze ohne Vorerfahrung und das Beste ohne laufende Kosten. Und das Schöne daran ist, du brauchst nur ungefähr 10 bis 15 Minuten pro Tag deiner Zeit. Deswegen passt jetzt ganz genau auf, weil ich zeige dir jetzt Schritt für Schritt, wie wir das Ganze starten können. Zuallererst gehe ich einfach mal auf Google und dann suchen wir hier einfach mal nach Google News. Und dann gehen wir hier einfach mal auf den allerersten Punkt. Und Google News sind einfach die News, das heißt die Nachrichten, die Google bereitstellt. Und was wir jetzt hier einfach mal machen wollen, ist einfach mal uns eine passende Kategorie rauszusuchen. Ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, in eine Kategorie wie zum Beispiel Sport, Gesundheit oder vielleicht auch Wissenschaft und Technik zu gehen. Weil hier können wir erstens am leichtesten einfach Artikel finden und zweitens später dann einfach auch viel mehr Reichweite generieren, weil das wirklich sehr beliebte Themen sind. In dem Fall würde ich jetzt hier einfach mal auf Gesundheit gehen. Und im Bereich Gesundheit habe ich uns schon einen passenden Artikel rausgesucht. So, und zwar hier die tägliche Espresso-Routine kann sich lebensverändernd auswirken. Hier in dem Bericht geht es einfach darum, dass Espresso anscheinend Alzheimer vorbeugen soll. Das Thema ist jetzt erstmal nicht so krass ausschlaggebend. Es ist natürlich wichtig, dass die Leute sich einfach angesprochen fühlen. Und in dem Fall Espresso trinken sehr viele Leute. Alzheimer ist auch eine bekannte Krankheit. Und deswegen werden wir uns jetzt einfach mal diesen Text hier raussuchen. Und was wir jetzt als allererstes machen wollen, ist uns jetzt hier zum Beispiel einfach mal diesen Text hier unten zu kopieren. Gehen wir jetzt einfach mal hier hin und kopieren uns vielleicht einfach mal diesen Teil vom Text raus. Weil wir brauchen jetzt später hier einen Artikel. Und wir wollen den Artikel nicht selber schreiben, sondern ich zeige euch jetzt ein kostenloses AI-Tool, was eben diesen kompletten Artikel für euch umschreiben wird, sodass ihr im Prinzip einen eigenen originalen Artikel habt. Dafür gehen wir einfach auf die Seite quillbot.com. Ihr könnt hier einfach auf diese Seite gehen, quillbot.com. Und dann könnt ihr eben hier euren Originaltext einfügen. Und quillbot kann euch dann eben alles automatisch komplett übersetzen. Ja, das Wichtige ist, dass ihr das Ganze hier sowohl auf Englisch als auch auf Deutsch machen könnt. Je nachdem, welche Art von Text ihr natürlich verwenden wollt. Hier können wir jetzt dann einfach auf den Punkt Paraphrase gehen. Und hier seht ihr jetzt zum Beispiel rechts den ungeschriebenen Text. Hier links haben wir beispielsweise den Originaltext. Das heißt, ihr seht jetzt hier die ganzen Sachen, die ungeschrieben wurden. Wenn irgendwas nicht passt, könnt ihr da ganz einfach nochmal auf Rephrase gehen. Dann wird das Ganze nochmal umgeändert. Hier könnt ihr euch das Ganze runterladen oder natürlich einfach den kompletten Text zu kopieren. Hier gehen wir jetzt einfach mal hin, kopieren uns einfach mal den Text. Und was wir jetzt als nächstes machen wollen, ist einfach Traffic über eine Webseite generieren. Und wir wollen uns nicht selber eine Webseite aufbauen, weil das wäre einfach viel zu kompliziert und würde viel zu lange dauern. Sondern ich zeige euch jetzt eine Seite, die sehr hoch in der Google-Suche angezeigt wird. Das heißt, wenn andere Menschen nach bestimmten Sachen suchen, wird diese Seite eben sehr weit oben angezeigt. Und ihr könnt diese Seite für euren Vorteil nutzen, weil ihr könnt euch da kostenlos anmelden und ihr habt keine laufenden Kosten dabei. Die Seite, die ich dafür nutzen würde, heißt medium.com. Und auf medium.com ranken Artikel, die da eben hochgeladen werden, sehr hoch in der Google-Suche. Das heißt, ihr könnt euch hier kostenlos registrieren. Falls ihr noch keinen Account habt, könnt ihr hier rechts auf Sign-up gehen. Könnt euch mit wenigen Klicks mit eurem Google-Account anmelden. Und dann könnt ihr hier auf den Punkt Write gehen. Was wir jetzt hier machen wollen, ist eben einen passenden Artikel zu schreiben, den wir dann eben später, oder was heißt, einen passenden Artikel zu schreiben. Wir wollen im Prinzip diesen Artikel, den wir auf Google News gefunden haben, mit Quillbot hier umschreiben und wollen das Ganze dann hier eben auf medium einfügen. Und wie wir dann später damit noch Geld verdienen können, zeige ich euch gleich auch noch im nächsten Schritt. Was wir jetzt natürlich als allererstes hier brauchen für unseren Medium-Artikel, ist einfach ein cooler Titel. Ich habe mir jetzt gerade überlegt, dass wir uns einfach diesen Artikel hier, oder was heißt, diesen Absatz hier, nehmen können und einfach mal als Titel nehmen können. Zum Beispiel in dem Fall hier, Kaffee kann nicht bloß ein leckerer Wachmacher sein. Eine potenzielle Verbindung zur Alzheimer-Präsentation wird von Forschern angedeutet. Also, dann gehen wir jetzt einfach mal hier hin, fügen das Ganze einfach als Titel ein. Und ihr seht schon, das Ganze sieht schon ganz gut aus. Und dann gehen wir jetzt einfach hier unten hin, kopieren uns den restlichen Artikel raus und fügen das Ganze hier in der Story eben ein. So, und was wir jetzt hier im Prinzip machen können mit dem Originalartikel, wir können im Prinzip das Ganze so durchgehen. Ja, wir haben jetzt hier einmal diesen Artikel und hier könnt ihr jetzt euch im Prinzip den kompletten Rest rauskopieren, sowohl diesen Teil hier, als auch diese ganzen Zwischenstücke, die wir jetzt, sage ich mal, hier überall drin haben, können wir uns jetzt hier einfach ganz einfach rauskopieren, können das Ganze mit Quillbot hier geschwind umschreiben und sobald wir das Ganze eben umgeschrieben haben, können wir das Ganze hier auf Medium ganz einfach einfügen. So, das ist jetzt natürlich nur ein ganz kleiner Artikel. Ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, dass ihr das Ganze ein bisschen größer macht, damit das Ganze eben einfach ansprechender aussieht. Den nächsten Schritt, den wir jetzt also machen wollen, ist ein passendes Produkt zu suchen, wo wir dann eben hier in diesem Artikel bewerben können. Das heißt, wir brauchen kein eigenes Produkt erstellen, wir haben keine Lagerkosten und wir haben allgemein keine laufenden Kosten bei der ganzen Sache, weil wir eben die Produkte von anderen Leuten bewerben können für 50, 60 oder sogar teilweise 70 Prozent Provision. Was wir dafür nutzen können, ist einfach eine Plattform namens digistore24.com. Ihr findet das Ganze, wenn ihr einfach mal auf Google geht und digistore24 eingebt und dann könnt ihr einfach mal auf den allerersten Link klicken, könnt euch einen kostenlosen Account als Affiliate anlegen und dann könnt ihr eben hier unter dem Punkt Marktplatz und alle Angebote auf dem Affiliate-Marktplatz, könnt ihr eben hier verschiedenste Produkte raussuchen. Ich habe jetzt hier zum Beispiel einfach mal nach einem deutschen Produkt gesucht unter dem Punkt Versandprodukte, Nahrungsergänzungsmittel. Ihr könnt hier natürlich auch unter digitale Produkte zum Beispiel gucken, wenn ihr zum Beispiel im Bereich Gesundheit unterwegs seid oder so, können wir jetzt einfach mal hier unter dem Punkt gucken, ob es hier zum Beispiel einfach Gesundheit oder sowas gibt. In dem Fall haben wir jetzt hier zum Beispiel vielleicht Fitness und Gesundheit, Familie und Kinder. Ist eher unpassend. Essen und Trinken könnte vielleicht in manchen Fällen vielleicht sogar auch noch passen und dann könnt ihr euch hier natürlich einfach eine passende Kategorie raussuchen und könnt hier zum Beispiel einfach mal nach digitalen Produkten auch gucken, also zum Beispiel nach irgendeinem Online-Kurs oder nach anderen Produkten, die eben gut in Frage kommen können. In dem Fall habe ich jetzt hier zum Beispiel ein Versandprodukt gefunden, in dem Fall zum Beispiel das Ketopulver-Kakaogeschmack. Wenn sich jemand zum Beispiel über Themen wie zum Beispiel einfach Blutzucker und sowas interessiert oder auch das Thema Alzheimer, könnte natürlich auch gut sein, dass die Leute einfach allgemeines Interesse einfach an dem Gesundheits-, also in dem Gesundheitsstil haben, einfach Nahrungsergänzungsmittel zum Beispiel zu nehmen. In dem Fall können wir jetzt hier zum Beispiel vielleicht dieses Ketopulver bewerben oder wie gesagt, ihr könnt natürlich auch ganz einfach hier in den Kategorien schauen, dass ihr einfach eben was habt, wo ihr, wo eben passend zu eurem Artikel ist. Sagen wir es so. So, in dem Fall, wenn wir jetzt zum Beispiel dieses Ketopulver bewerben wollen, könnt ihr jetzt einfach hier auf den Punkt jetzt promoten gehen. Und dann haben wir jetzt hier eben unseren Promolink. Wichtig ist, dass ihr euch den Promolink hier einfach mal kopiert. Und dann gehen wir wieder zurück hier auf Medium, wo wir eben unseren Artikel gerade eben verfasst haben. Und jetzt könnte ich hier zum Beispiel einfach einen kleinen Absatz runter machen und einfach reinschreiben, wenn du deine Gesundheit auf ein neues Level heben willst. Und jetzt teste unser Geheimprodukt. Unser Geheimnis. So. Geheimnis mit einem S. Alles klar. So. Was wir jetzt hier machen können, ist einfach das Ganze geschwind markieren. Und dann könnt ihr hier auf den Punkt Link einfügen gehen. Hier fügt ihr das Ganze ein, geht auf die Bestätigungstaste, also auf die Enter-Taste. Und schon ist das Ganze hier unterstrichen. Das heißt, wenn jetzt später jemand hier auf eurem Artikel drauf ist und jetzt hier das Ganze durchliest und er eben hier diesen Absatz sieht und er hier drauf klickt, wird er eben weitergeleitet auf eure jeweilige Produktseite. Wir können das Ganze hier einfach mal austesten. So. Das wäre jetzt hier später die ganze Produktseite. Das heißt, wenn jetzt jemand hier auf diese Seite drauf geht und jetzt hier etwas kaufen möchte oder später, sage ich mal besser gesagt, was kauft, bekommt ihr eben die Provision gutgeschrieben. In dem Fall wären es jetzt hier zum Beispiel von 133 Euro, würdet ihr insgesamt 30% Provision bekommen. Und das heißt, es wären ungefähr so knappe 40 Euro an Provisionen, wo ihr ungefähr bekommen würdet. Und so könnt ihr dann eben online Geld verdienen. Und wenn du jetzt noch eine ganz genaue Anleitung haben möchtest, wie ich dieses Jahr mit dieser Methode über 94.000 Euro generieren konnte und wir haben noch nicht mal Anfang Juni, dann schau einfach mal unterhalb von dem Video. Da habe ich dir ein kostenloses Video reingepackt. Ein kostenloses Erklärvideo, wo ich dir eben Schritt für Schritt zeige, wie das Ganze funktioniert, wie du auch täglich solche Summen generieren kannst. Heute zum Beispiel haben wir über 800 Euro bereits generiert und wir haben gerade mal mittags um 12. Das heißt, wenn du wissen willst, wie das Ganze funktioniert, check dir die Videoanleitung unterhalb von dem Video aus. Da habe ich dir das Copy-Click-System markiert. Du kannst dich komplett kostenfrei da anmelden. Es ist ein Videotraining, wo ich dir persönlich zeige, wie das Ganze auch für dich funktionieren kann, wie du das Ganze ohne laufende Kosten umsetzen kannst. Deswegen check gern das Video unterhalb von diesem Video hier aus. Melde dich an und erfahre eben, wie du eben ohne laufende Kosten konstant online Geld verdienen kannst. Das war es auf jeden Fall mit diesem Video. Ich bedanke mich bei dir fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Euer Luke. Macht's gut. Ciao, ciao. So. Vielen Dank.